Yo Leute, was geht? Der Pandas für euch Backup starten mit Lenny. Yo Freunde. Wir haben uns gedacht, wir gönnen uns mal ein paar Packs. Wir würden mal sagen, wir machen mal, ich weiß nicht, 60.000? 60.000, gehen wir mal aus. Klingt gut. Ja, wir haben knapp eine Mio an Coins auf dem FIFA Konto. Und wir wollen noch mal ganz kurz zeigen, einen davon habe ich ja schon letztes Mal gezogen. Wenn ihr das Pack Nummer 2 nicht gesehen habt. Nummer 1, Nummer 2 ist ja. Nummer 2 habe ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgeladen. Also hier, Team der Woche. Team der Woche, genau. Und ich hätte gerne La Cassette auf jeden Fall, weil ich glaube, der wird noch ein bisschen geupdatet. Das heißt, der wird wahrscheinlich nur 83 oder 82 kriegen. Dann wird er noch mal teurer. Und, Lenny siehst du genauso. Nenn ich dir auch so eine Proderin. Voll Profi im Fußball. Aber er hat mir Glück gebracht. Du kannst die Geschichte eigentlich erzählen. Wir hatten Gratis-Packs geöffnet. Und da war, glaube ich, direkt im ersten Pack war das. Hatten wir direkt erstmal Ibra. Ibra und James Rodriguez. Und ich dachte mir so, ja läuft bei euch. Und wie das Geile war einfach, also ich dachte, das wäre irgendwie ein Scherz. Ja, Paul dachte, das wäre einfach nur um zu zeigen, wie das mit den Packs funktioniert. Und ich so, nein, das sind Gratis-Packs. Und ich habe im ersten Mal, weil ich da drauf geguckt, weil ich noch nicht in dem Moment wusste, muss man ja wirklich so sagen, weil ich in dem Moment nicht wusste, dass Gratis-Packs einfach nicht verkaufbar sind. Und ich habe im ersten Mal nur darauf gedacht, also darauf erpicht, den kannst du nicht verkaufen, das kann nur eine Leihkarte oder so sein. Ja, jetzt habe ich Ibra. Nice! Oh, James. Ja, die Mannschaft ist eigentlich ganz vernünftig. Ähm, ja, sieht man die Bank. Ah ja, Götze hatten wir auch. Götze haben wir noch einen Inform. Den hatten wir auch bei den ersten Packs. Äh, ein Torwart, der liegt an nicht so gut. Also, der ist ganz viel wert. 5.000 war, glaube ich, wert. Mascherano, ich weiß nicht, wie viel der wert ist. Also, die Mannschaft ist jetzt nur nicht so schlecht. Also, kann man so mal nach drei Packs-Openings, kann man schon mal sagen, das läuft auf jeden Fall. Deswegen, bevor wir zu lang schnacken, gehen wir gleich mal ins erste Pack. Und holen uns mal ein paar. Mauen direkt auf die Kacke. Ne, da bist du falsch. Shop vielleicht? Shop und dann erstmal auf die Packs. So, ähm, vorhin waren noch ein paar Premium Silber Packs, Bronze sind auch noch da. Ich weiß nicht, Goldsets. So, du hast die Ehre, das erste Pack zu öffnen. Wenn das jetzt nicht durchbringt. Drückschlauch A. Drückschlauch A. Drückschlauch A. Drückschlauch A. Komm. Erstes Pack. Richtig Lack ist drin. Ja. Ich finde, dass wir hier nur so eine geilen Spieler ziehen. So, Grießmann ist drauf. Grießmann in Form ist auch drin. Hab ich jetzt beschlossen. Komm. Gib mir was Jutet. Oh, Murino. Wir müssen auch ein Nosepack machen. Messi ist drauf. Messi ist auch drin. Und? 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 Und wieder drauf. Drogba, den haben wir doch schon. Den haben wir schon. Den haben wir schon. Und Angel Rangel heißt der. Ohne Scheiß. Angel Rangel. Peres. 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 So, noch ein paar Packs hier. Nosepack. 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 Mit dem anderen Stick, du Pfeifer. So. Komm, es bringt Glück. Higuain ist drauf. Higuain ist hoffentlich nicht drin. Sondern es ist irgendwas anderes. Es ist vermehrt. Ja, super. Heilung. Du hast Heilung drin. Heilung. Sehr cool. Und eine Chemistry Style Karte. Mies, ja. Die sind scheiße. Jetzt ticken wir alles mal. Zum Kotzen. So. Arschpack Lenny. Ich will einen Arschpack sehen. Das wird schwierig. Ja. Und die Artersten musst du schon mit dem Daumen drücken. Ne. Mit dem Arsch. Das ist ein Arschpack. Das funktioniert nicht. Das war B. Gut, machen wir das mit der Hand. Und unterbrechen mit Kraft. So. Ja. S. Nein. Ich hörst du. Aus Transpionemark. Ne. Ich sag's doch nicht. Komm mal runter. Komm mal runter, Peter. Was ist da los, Alter? Haben wir die Szene gepickt, Leute? Da hast du jetzt deine Schnauze. Und ... Hand geht's? Ja, fucking Sanchez meine ... Ne, ich sag's dir mal nicht. Wie gesagt, ich bin der Basketballer. F***ing 70.000, Alter! Willst du mich verarschen? Da haben wir schon drin den ganzen Scheiß, Alter! Da haben wir schon drin den ganzen Scheiß, Alter! Alter! Ich komme erst mal runter hier, ey! Mach die Mannschaft rein! In den Verein. Ich war ganz entspannt. Hab ich auch in den Verein gewinnt. So, haben wir schon mal Sanchez gezogen. Geile Scheiße, Mann! Was ist da los? Du hast Glück in dieser Scheiße. Aufhameyang! Was ist da los? So, machen wir noch zwei Backs auf. Alter, Alter! Halt's auf! Mach's auf! Aller mal drauf, Aller mal drin! Naja, wie? Sieht aus wie Jordan Crawford. Ja, was ist das? Was? Ach, das wäre mal krass. Ein blödes Pack noch haben wir noch. Dim, 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 dim. Ja, meine Freunde, das war's mit dem dritten Pack Opening. Wir haben Pucking Sanchez gezogen. Lenny hat Sanchez gezogen. Läuft auf jeden Fall. Und wieder hab ich Glück gebracht. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde uns echt freuen und deswegen haut da rein. Bis zum nächsten Mal und ciao! Ciao! ... Untertitelung des ZDF, 2020